Brahmanandasana, die Stellung des Brahmananda, die Freude in Brahman-Stellung. Ausgangsposition ist die sitzende Haltung. Von hier beuge die Knie, gib die Knie zum Brustkorb hin, gib die Unterarme unter die Oberschenkel und gib mit den Händen an die Ellbogen. Die Füße sind dabei etwas gehoben und entspannt. Lächle dabei und bleibe ruhig in der Stellung. Das ist Brahmanandasana, die Stellung von Brahmananda, die Stellung der Freude in Brahman.